Wir sind jetzt hier gerade in einem Thorn, in einer wunderschönen Stadt. Wir verteilen hier gerade ein paar Flyer für Jens, unseren Kandidaten hier vor Ort. Unser Jens ist ein ganz feiner Kerl, den bringen wir in den Landtag rein. Dafür kämpfen wir Jungen lieber an Schleswig-Holstein im Kreis Bindeberg. Die FDP tritt heute mit dieser Ostereier-Aktion an, um die Menschen noch im Wahlkampf Endspurt davon zu überzeugen, dass es eine Schicksalswahl ist, dass es darum geht, die FDP stark zu machen, damit es in diesem Land etwas verändert. Weniger Stau, bessere Chancengerechtigkeit bei der Bildung und Chancengleichheit bedeutet nicht Gleichheit im wörtlichen Sinne, sondern es ist entscheidend, dass auch die Leistungsunterschiede entsprechend nach Leistungsunterschieden gefördert werden.